Alter, Alter, was geht denn da jetzt ab? Ähm, die Kabel und die Kugel wackelt. Safe-Penternil. Wie soll ich das denn machen? Ich fahr jetzt einfach mal da ran. Ey, komm raus. Was? Wir Jungen. Hä? Was soll ich denn machen? Äh. Soll ich die Kugel da rein stupsen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Try. Safe-Painter. Ja, okay. Nur wie? Ich versuch mal wieder auf die Kugel da zu kommen. Was natürlich nicht funktioniert. Mh. Es geht auch drauf. Ey, nicht hinfallen. Sollst die Kugel lang hochsliden. Ah, okay, geil. Geil, komm. Yeah. Okay, verstanden. Ist ja cool. Ey, dass so Mission auf Mission folgen. ist geil. Und hängt der jetzt die ganze Zeit da rum? Ach nee, okay. Aber ich kann ja jetzt noch runter springen. Ist auch schön. Boah. Hat was. Yo. Quatsch mal mal den an. Yo, what's the deal, baby? Let's make it happen. You got two minutes. Beat this high score. All right. 50.000. Yo. Das lässt sich noch gerade so schaffen, wenn ich nicht da überall gegenfallen werde. Also, das Spiel hat schon seine Reize. Ich denke vor allem auch für welche, die selber Skateboard fahren. Also, ich selber hab letztens versucht wieder Skateboard zu fahren, aber Also, es hat damit geendet, dass ich meinen Fußweg tat. So. Macht man doch schnell Punkte. Aber Mülltonne. Wie oft wieder runnen sich die Lieder eigentlich? Scheibenklässer. Scheiße. Da, nochmal. Ja, ja. Ich weiß. Ich kann's halt. Was machen wir eigentlich mit dem Geld hinterher? Da. Nein, warte. Da runter und da drauf. Genau. Super. Und jetzt? Jetzt mach ich erstmal ein bisschen Kacke. Ein bisschen rumskaten. Woohoo. Yeah. Ja. Und nochmal. Wow. Gucken wir uns mal die Karte noch genauer an als gerade. Im Liegen sieht man doch gleich alles viel besser. Kommt man auch von unten hier hoch? Oh. Gerade so. Ich hab kein Speed mehr. Aber cool gemacht. Hier. Äh. Oh, wie cool. Ist das geil da. die Robben-Show. Herzlich willkommen beim Let's Play Sea Life. Hier gerade. Wir berichten live vom Baywalk. Wo ein verrückter Typ von Robben umzingelt ist. Okay. Wie soll ich die denn füttern? Okay. Ah, okay. Verstehe. Ähm. Falsche Tasse gedrückt. Nochmal. So, ich glaub, ich soll dieser reinschussen. Ähm. Vielleicht auch nicht. Weil ich falle gerade relativ... Weil die schubsen mich weg. Ja. Hm. Weiß ich nicht. Soll ich die denn jetzt füttern? Da. Da. Hey. Get away from my stock. Hey. That is my tackle box. Oh. I don't wanna go. Hey. Watch the tackle box, jerk. Ah. Okay. Ähm. Jetzt hab ich die box angefahren. Watch the gear, pal. No. That was my entire catch. Ah. Okay. Geil. Okay. Verstanden. Zuerst die box anfahren, damit sie da hinkommen. Und ins Wasser fallen. Hä? Wo bin ich denn jetzt gespawnt? Ach hier. Okay. Okay. Zuerst die box. Ankacken. Ey. Hallo. Ich hab deine box umgefahren. Watch the gear, pal. No, that was my entire catch. Alright. That's doing it. Hey. Die Mission ist ja auch schnicker. Und die Robben sind so niedlich. Haha. Flatsch. Er ist ja voll hingeflogen. Ähm. Hm. Naja. Hey. Get away from my stock. Ja, ja. Bleib hier schon weg. Hey. Get away from my fish. Ja, klar. Einen noch. Oh, 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 oh. Hahaha. Oh, 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 oh. Hahaha. Ja, klar. Und wo hat der sein... ...Füderchen? Seine Butterbrotstoße. Ja, ja. Hey. You almost made me lose my fish. Okay. Wie kommt ihr jetzt hier raus? Ah. Geiler Sprung. Hoi. Ich kann fliegen. Hahaha. Yay. Dann hauen wir den jetzt da drauf. Darf heute mal doch einen drauf... ...einig drauf haben? Hm. 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 Das Pfeifen ist gut. Okay. Gut. Können wir da auch mal reinziehen? Robben. Seehunden. Wie auch immer man sie nennen will. Ja, ja. Ja, der pfeift sich hier die ganze Zeit hier ein. Nochmal, also. So. Ich bin jetzt da drauf. Alter. Ihr wisst sicher, was ich gerade versuche... ...nehm ich hier drauf zu kommen. Uah. Achso, man muss da springen. Okay. Na, egal. Ah. Man kann sie nicht von einer Schrägen einfach auf mal gerade landen. Hey. Geh die Waffe von meinem Stock. Watch die Geer, Pao. Grüß dich. Ey, den kennen wir doch. Yo. Try this one. Put down a Lip-Trick on each of the three-Pier-Signs. The trick? Check it. Okay. Äh. BS Boneless? Okay. Ey, warte. Scheiße. Ich muss höher. Jetzt. Er. Mit er kann ich hier gar nichts machen. Ah. Ich versuche hier gerade ein bisschen rum. Aber ich glaube, ich... ...krieg's nicht gebacken. Ja, ja. Ey, that is my tackle box. Ich soll doch... ...lip-tricks da dran machen. ...als nicht drüber sliden. Hä? Oder soll ich... ...wär ich doch da oben langsliden? Ich weiß es nicht. Ah. Cooler Trick. Hä? Ich verstehe hier gerade gar nichts mehr. Ja, das ist BS. Ja. Ja. Warte mal, ich versuche das mal so. Jetzt hier an irgendeiner... ...Rail. Alter. Fall doch nicht immer sofort ins Wasser. Der Typ kann nicht... ...kann kein Skateboard fahren. Also wirklich. Ach, dann quatschen wir den da vorne eben an. Gut, mach ich. Ich sammel deine Kombo-Dinger. Ey, da kommt man gar nicht weiter um die Kurve. Oder nur sehr schwer. Dum, 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 dum. Boah, ich bin relativ schihihi. Ich bin relativ schihihi. Hau durch, komm. Oh, muss ich da schon frei abspringen? Dann kriege ich, glaube ich, das... ...wenig mehr, wenn ich schon frei abspringe. Oh doch, das ist beim Sprung, okay. In der Luft. Okay, ich muss da früher abspringen. Richtigen Zeitpunkt da zu finden, ist sicher schwer. Uah, uah. Ach, Scheibenkleister, komm. Das kann doch nicht so schwer sein. Uah, ist es aber. Uah. Uah, ja, ha, ha. Uah, Alter, ist das schwer. Hammer. Komm. Super. Yo, ich will speichern. Da hinten steht da einer. Aua. Das tat weh. Uah. Das auch. Hm, hm, hm. Hinten war ich ja noch gar nicht. Geil. Was ist denn das denn? Cool. Woohoo. Bestimmt kriegt man was dafür, wenn man da komplett hoch ausspringt. Ja. Kriegt man. Jo, ich quatsch dich mal an. Oh, excuse me. It's our first visit and we really want to remember it. Okay. 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 Also muss ich da bei dem anderen ausschleiden, weil es da auch eher ist. Ähm. 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 Alter, bleib doch da drauf. Geil. Was ist das denn? Wieso? Hä? Ich weiß grad nicht, wieso der nicht da drauf bleibt. Ähm. Dark Slide. Okay. Okay. Nochmal. Ich glaub ich hab jetzt den Dreh raus. Nee. Aber genau das drück ich gerade. Nach unten und nach links. Vielleicht zuerst nach unten und dann nach links. Nee. Weiß ich nicht. Mir leid. Ich krieg's nicht gebacken. Mann, diese Runde klappt aber auch gar nichts. Nur das mit dem Betrunkenen, wo wir tausendmal gebraucht haben. Ich kann nicht über die drüber fahren. Jo. Passiert nur nichts. Dann beende ich jetzt diese Aufnahme. und guck vorher aber noch, was ich überhaupt mit dem Geld anschaffen kann. Äh. Anschaffen kann. Äh. Was ich mit dem Geld anfangen kann. So. Z. Must restart. Nein. Gehen wir mal raus. Bilde Park. Ne. Dafür brauchen wir auch kein Geld. Hm. Nein. Ich will's doch nicht sprechen. Ja. Ja. Äh. Hehehe. Ja. Besser. So. Karriere laden. Spend Cash. In Levels. Ah. Okay. Aha. Man kauft sich dafür also Levels. Skaters. Metal hat. Hm. Wow. Guy. Sheets. Make special moves. Even more special. Gorilla Mode. Kid Mode. Big Cat Mode. Future of. Mario Speed. Party Time. Now you see me. Now you don't. Bloody is. Äh. Hot hot hot. Make the game no fun. Also ich weiß nicht was ich mit dem Geld anfangen soll sonst. Deswegen kaufe ich mir da mal ein bisschen. Hehehe. Und noch ein bisschen Speed. Super. Was können wir uns denn noch kaufen. Aha. Neue. Sachen. Kann man die sich nicht vorher angucken. Oh. Yo. Jetzt habe ich eine Maske auf. Geil. Das wollte ich doch gar nicht. Okay. Oh mein Gott wie wir jetzt aussehen. Oh geil. Filme. Alter. Oh ne ne ne. Warte ne. Das geht so gar nicht. Ach das ist bestimmt bei Accessoires oder so. Da genau. Nein. Nein ist es nicht. Hehehe. Okay. Okay. Gut. Und wieder eine gescheite Hose an. Alter. Das ist ja noch schlimmer. Ah cool. Das ist ja noch schlimmer. Ah cool. So. Super. Alter. Okay. Das sind die geheimen Sachen. Okay. Okay. Ah. Okay. Man kann hier üben in der K-5. Nur irgendwie springe ich gerade extrem langsam. Obwohl die FPF-Zahlen ziemlich hoch sind. Ähm. Vielleicht kann man hier langsam üben. Vielleicht ist das extra so. Oder das sind jetzt die Sheets. Wow. Geil. Na egal. Also ich zeig jetzt hier mal noch ein bisschen. Was man so machen könnte. Okay. 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 Ja. Play Level. Dann gehen wir nochmal kurz nach San Francisco. Okay. Wir fahren jetzt immer so langsam. Ach. Ich glaube das ist das Sim Mode. Dann fahren wir inside. Und wie macht er das wieder aus? Yeah. Zack. Okay. Also ich kümmere mich, dass die Sheets wieder weg gehen. Dass wir wieder schnell fahren. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.